Vor allem muss ich sagen, dass die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Dentabheim auf mich einen absolut motivierten Eindruck gemacht haben, von der ersten Minute an. Die Klinik selber wirkt erstmal sehr steril, aber das ist ja auch gut so, weil das hat ja dann auch etwas mit der Gesundheit und der Hygiene zu tun. Und da fühlt man sich eigentlich vom ersten Moment an sehr sicher und gut aufgehoben, muss ich schon sagen, sehr gut.